So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Skuller of the First Sin. Wir machen gleich weiter da, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Nämlich in der unteren Gardison. Da müssen wir jetzt erstmal wieder aufräumen, die ganzen Gegner töten. Dass wir freies Feld zum Kämpfen haben, nämlich. Was schon lustig werden wird, allein diese blöden Stachelfiecher zu töten. Wow, das war knapp. Fängt ja schon mal gut an. So, ich weiß, hier um die Ecke war einer. Aufgeben, Dickwanz. Wow. Ja. Gut. Du da oben beballerst mich immer noch. Kannst ruhig weitermachen damit. Ich will erstmal den hier loswerden. Und den hier loswerden. Au. Ja, die droppen ja manchmal mit später, was ganz nett ist. So, weg mit dir, dass du mich nicht störst. Dass du mich nicht störst. Da muss ich nur noch den Ballergeister oben loswerden. Und ihn hier. Diese blöden Stachel-Greblins. So, und eigentlich müsste ich hoffen, dass er runterfällt. Irgendwohin. Wo ich besser auf ihn einstechen kann, dass er einfach weg ist. Wo ist er hin? Ist er jetzt nach ganz unten gefallen, oder? Ärgert er mich jetzt? Wahrscheinlich ärgert er mich jetzt. So, jetzt muss ich mich wieder um ihn hier kümmern. Jo, hi. Ja, wenn du mich schon tauntest, dann geh ich mal drauf ein, auf deinen Taunt. So, hier wird es rausgehen. Und ja, ich ziehe einfach schon mal hier dran. Und jetzt das hübsche Spiel, den Typ zu finden. Ach, da hinten versteckt er sich ja. Boah, seine Rostruhe, ne? Die ist garstig. So. Ah, heute hat er es aber mit dem Ohr nun werfen. Ah. Oh Gott, 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 Gott. Geh hoch. Ich hätte vielleicht nicht aufmachen sollen, er rennt nämlich genau in die Richtung weg. Das ist nicht so toll, dass er in die Richtung jetzt wegrennt. Ah, der heizt sich. Ja, weil, soweit ich weiß, war hier in der Kampfarena noch was Garstiges. Ja, der da. Ein großer, böser Dämon. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn nicht anlocke. Weil mit dem Dämon kämpfen, damit komme ich noch einigermaßen klar. Mit ihm zusätzlich nicht. Oh, nein. Gekaut werden. Oh, zum Glück macht das nicht mehr so viel. Äh. Au. 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 Eher. Das wird jetzt interessant. Ähm. Ich hab gar nicht gewusst, dass der bei der Ausrüstung stehlen kann. Oder mich einfach nur ausziehen. Äh, ja. Ne, andersrum. So. Ne, halt. Bogen ist richtig. Glocke. Und jetzt Ringe wieder. Hartsteierring. Soldatenring. Der und der Chlorantierring. Zum Glück ist das ein Weinwegboss. So. Und jetzt köpfe ich mir den Bastard mal vor. Nicht so. Ah. Ah. Nimm den Schild hoch. So. Immer wenn du das machst, backstab ich dich einfach. Ey. Unfair. Genau. Oh. Ne, 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 ne. Nicht gut. Puh. Puh. Komm her. Ah. Ja, trink ruhig, du Bastardo. Ich verpasse dir währenddessen eine. So. Backstabbe dich nochmal. Das tut immer weh, wenn er das macht. So. Weg mit dir. Hehehe. 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 So, eine getrocknete Wurzel. Glitzerndes Titanit. Rotes Wasser. Glatterseitiger Stein. Eine getrocknete Wurzel. Und hier geht's jetzt dann weiter. Oh. Hi. Ja, ich bin grad am überlegen, ob ich hier überhaupt weitermachen sollte. Oder ob ich mich schnell zurückporten, heilen und aufrüsten sollte. Ah, hier wird's noch richtig garstig. Also, ja. Sicher ist sicher. Nachdem jetzt ja der weiße Hardgier-Dämon und der nervige NPC, der, ne, das nervige Phantom tot sind. Der müsste tot sein. Ich guck mal kurz. Der dürfte nicht nochmal respawnen. Nein. Au. So, weg mit dir. Und einfach hier runter. Und rennen. Der Hardgier-Dämon dürfte auch tot sein, hoffe ich mal. Ja, eigentlich ist er tot. Und ich bin nämlich hier schon oft genug gestorben, um zu wissen, dass die beiden für immer weg sind. Und mir nicht mehr auf die Nerven gehen können. In der Höhle hat er sich übrigens immer versteckt, dass man ihn nicht von oben gleich sieht und finishen kann. So. Merkt mit euch zwei. So, ein bisschen hochheilen. Hilft immer. Ja, da hinten geht's raus. Da will ich aber noch nicht raus. Ich will erst die Abkürzung hier aufmachen. Die hatte ich nämlich total vergessen. Jetzt sind wir nämlich hier drüben. Da müssen wir uns nicht mehr durch die ganze Höhle durchhetzen, wenn wir nochmal drauf gehen sollten. Da habe ich, dann habe ich gar nicht mehr gedacht, dass die Abkürzung hier schon kommt. Ich dachte, die kommt etwas später. So, Golems. Der da hinten sieht aktiviert aus, der da nicht. Oh, und Pfeile muss ich auch wieder anlegen. Und treffen sollte ich.